Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Wir waren letztens stehen geblieben, haben wir das NPC-Dorf geplündert und ich habe schon mal ein bisschen vorgearbeitet, denn ich habe nämlich hier die Kohle schon ein bisschen abgebaut, aber es geht noch lange weiter. Also, es ist dann lange nicht fertig mit unseren Kohle-Vorräten, hoffe ich mal. Ja, wir haben eigentlich schon eine Steinspitzhacke, aber ja komm, wir haben Zeit. Einen Spitzhacke braucht man später nicht mehr, also mache ich sie hier gerade noch leer. Ist gleich weg. So, jetzt ist sie weg. Und haben wir natürlich oben vergessen. Na toll. Na super, jetzt kann man nochmal hochlatschen. Oh, Zombiehände. Kann man nunfalls auch essen. Wir sind vergiftet zwar einmal, aber man hat wenigstens was im Magen. Oh. Ich sehe gerade, wir hatten auch gar keine Steinspitzhacke gehabt. Gut zu wissen. Oh, Mensch. So, so. Komm. Ah, so. Vielleicht ist der Stein. Ja, das ist der Stein. Ja. So. Aua. So, das ist doch schon viel schneller. Ja. So, haben wir hier noch irgendwo was? Ja. Gut, ich habe nichts mehr. Schade. Gut. So, bringen wir gerade noch die Kullernsicherheit. Stickies nehmen wir mit. Kies kommen wir drauf. Knochen. So. So, Pfeile. Das brauchen wir nicht. Erde, Bretter. Passt erstmal. Ähm, jetzt holen wir erstmal was im Magen. So. Oha. Da steht jetzt mal in die Scheiß-Kraktien rein. Aber das ist halt gut auch für Abwehrmechanismus. Aber ich... ...baue jetzt erstmal unsere... ...schöne Hütte aus. ...schöne Hütte aus. So. Zack, zack. Zack. Da liegt nur Erde. So, ich habe einen Mod installiert. Vorher es vergesse. Ich habe einen Mod installiert, mit dem man in die Ferne gucken kann. tatsächlich demonstriert. Da hinten das Schaf, ne. Jetzt sieht man es näher. Es ist ab und zu ganz lustig, weil... ...ja, was heißt weil, ne. Also, ähm... ...wenn man Monster... ...wenn man nicht weiß, wo Monster sind und die dann... ...ja, soll ich das erklären? Also, wenn man Monster nicht sieht und dann... ...ah, super. Ja, und dann ausmachen will, wo wir sind, dann... ...kann man die... ...gut sehen, also... ...das ist nicht das Problem, da ist eine Scheiße gebaut. Ach, guck mal. Das Gewicht geht da drauf und aktiviert das. Alter. Tss. Ah ja, auch nicht groß. Das wäre ab und zu nicht so gut. Wenn uns der freundliche Nachbar von innen nehmen an... ...alles mal zerstört, dann... ...moment. ...zock. Hä? Ne, so war das nicht. Wie war das denn? Bin ich blind? Was mach ich denn? Irgendwann bin ich nicht bei der Sache... ...hat irgendwie... ...ah, ist ja noch so ein Teil eingebaut. Warte mal, mach mal grad mal. Zack, zack, zack. Starnaxt. Da war es nicht so ewig. So, jetzt noch mal. Zack. 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 Ja. Ja, passt doch. Und natürlich auch wieder... Ah, ich glaube jetzt muss ich echt noch mal üben. Genau. ich noch mal... ...hего so sein. Passe so, ja. Bass auch so, ja. Zitzen. 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 Das ist, was ich mir so... ...zitzen. Zitzen. 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 So zack Ups Dann reißen wir kurz die Treppe nochmal weg Zack 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 Und zack Genau Wir haben jetzt kein Holz mehr Doch haben wir Wollt schon sagen So zack Können wir schön bequem hier hoch Ach komm Dann baue ich noch grad Ich baue das doch zu Ende Wir sind auch nach Zeit Und dann Ist ja egal Ich baue hier nochmal eine Fackel hin Für uns hier etwas spawnt Aber ich glaube nicht dass sie auf Holz spawren Also auf gebautem Holz selber Hier kommt auch noch Später dann Glas hier hin Zack 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 Muss man gleich wieder Holzbindern gehen Aber Hat er Zeit So Zack 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 Hier steht's eigentlich mit dem Weizen, nicht so drücken, ne? Steht auch irgendwie nur da, redet wahrscheinlich nicht mehr Zack So Können wir uns eigentlich die Decke ziehen? Zack Zack Äh, jetzt haben wir kein Holz mehr Ich weiß nicht, ich könnte es eigentlich auch mit Glas hier machen, das Dach Wäre gar nicht so mal so uncool Naja Können wir alles später noch machen Naja So Wir spawnen und nix So, gehen wir mal ratzen Ne 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 So, jetzt sind wir wieder zurück Ich glaube ich nehme mal die Rottenflash mit Ofen brauchen wir Äh, zack, 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 zack Ofen, genau So Die können wir uns eigentlich, kommen wir auch mal hier hin Na die, pflanzt sie daneben, die Kiste, hm, ich werde es erstmal stehen, da oben will ich dann so einen Kistenleger machen und es ist Nacht, also es ist hier Tag, ja. Was ist das denn? Ach, Spiny! Gucken wir mal, gucken wir mal, ob hier nix spawnt, gespawnt ist. Na gut. Oh oh. Duuuu. Zack, zack. Warum ist hier nix? Ah, die haben jetzt gepflanzt, ne? Ja. Ah, schön doof. Oh, jetzt hat der ja irgendwie nicht hier, oder? Hallo. Du hattest schön, da hinten, ja. Hi. Wo ist der Creeper hin? Da, gut. Oh, ich dachte gerade schon, das ist der Creeper. Schreckt mich doch nicht so. Wie fahren wir denn jetzt? 2.50, reicht nicht gerade wirklich, ne? Zack. Ja. Wo bist du? Wo bist du? Ja, guckst du? Da, guckst du? Ja. Ja. Ich kann es dir. So, dann sehen wir uns das nächste Mal und mal gucken ob wir wieder zurückkommen.